Wie müssen wir dann? Kann man die anziehen? Benutzen? Ja. Benutzen und benutzen. Weil das, da wo wir hingehen, ist radioaktiv. Okay. Dann sind wir hier. Ah, Dampf. Geh mal da weg. Und nicht rennen, nicht rennen. Da ist, glaube ich, der Hund in der Nähe. Ich weiß nicht, ob ich glaube, wenn das dampft, heißt es, der Hund ist in der Nähe. Und der Hund hört rennen. Jetzt müssen wir das finden, wo das war, mit dem radioaktiven. Ich glaube, es kann. Ähm, wenn man hier irgendwie rauskommt, dann kann es nicht so losgehen. Smiler, 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 Smiler. Der ist da in die Ecke. Der wird auch von der Seite kommen. Ja, der sitzt noch da. Oh no, jetzt ist er in der Mitte aufgetaucht. Okay, wir können durch. Machst du das? Mich hat der Smiler. Okay. Ich warte kurz auf dich hier. Oder soll ich kurz? Ah, ich... Vergiss es, vergiss es, vergiss es. Bakteria, Smiler, ah, alles! Jetzt kommt alles. Wir müssen dahin... Oh, ich weiß gar nicht, ob ich es finde. Da, wo auch der Pferdeschatten war, gegenüber ist noch eine Tür. Nu, jetzt bin ich wieder hier. Der hat wieder gewonnen und schon wieder tot. Ach du bist der, der alles lang läuft. Ich sehe so einen Schatten, als er rumflitzen. Ach, hey, wenn das hier nicht so verzweigt wäre. Dann wären es heute nicht die Backrooms. Ich bin wieder beim Eingang. Ja, super. Da wollte ich auch gar nicht hin. Dann komme ich auch mal zu dem Eingang. Das wollte ich bei dir gar nicht gehen. Ich bin gerade von den Bakterien gejagt. So, jetzt kann ich hier raus und gucken, ob ich... Hast du schon irgendwas gefunden? Hallo da! Wie ist jetzt noch nichts? Nur, ich habe jetzt den Bereich gefunden, wo wir mit dem Anzug reinlaufen können. Ach nee, das kann doch nicht mal sein. Jetzt ist der Smiler wieder hinter mir her. Bei der Bakteria. Aber bin ich wieder bei den Schaltern und dem Smiler? Oh, jetzt ist wieder alles hinter mir her. Ja. Da ist die Tür. Aha. Ja, hier gegenüber. Ich habe es geschafft. Ich habe es gefunden! Ich habe es geschafft! Yay! Hier rein. Aber hier brauchen wir diesen... Nein, nicht den Text! Nein! Hör auf! Hier ist ja Licht. Wir brauchen ja diesen Geigerzähler. Glaube ich zumindest. Aber nicht in jedem Bereich ist Licht. Ich weiß halt auch nicht... Oh! Hier liegt irgendwas? Ich würde mal T drücken. Ich habe hier Mülleimer... Müllsäcke gefunden. Schuhe. Kann ich ja mit was anfangen? Nö! Wow, okay. Wir müssen die verstrahlten Objekte... ... entstrahlen. Oh Mann, I, Inventar. Kann ich das nicht... Gibt es da nicht irgendwie einen Shortcut für... ... benutzen? Okay, das ist halt nicht verstrahlt. Ja, dafür ist der der Feuerlöscher. Hier liegt jede Menge. Ah! Wann ist das nicht mehr bestrahlt? Okay, das hat gereicht. Hier ist eine Tür? Die haben wir nicht nutzen können. Da brauchen wir eine Karte für. Okay, es ist auf Medium ungefähr. Was ist das hier noch? Ein bisschen was? Ah! Hier ist nichts zum Verstecken. Das ist unfair! Das ist fies! Das ist eine Sackgasse. Jetzt hat der Wechsel auch ab zwischen uns, oder? Der frisst bei dich und frisst bei mich! Der Hund, geh weg! Der Hund ist das Nervigste an dem Spiel. Da bin ich jetzt erstmal der Hund. Vorhin war jetzt, äh, dieser Smiler. Der Smiler, der war ja auch super anhänglich. Und ich weiß halt nicht, wann er weg ist. Ähm, wenn man nicht mehr hört. Dann kostet der Hund nicht rein. Oder der ist grad bei mir. Ja, der ist ja okay, wenn er bei dir ist. Dann ist er nicht bei mir. Ah! Oh lol, ich hab mich... Ich muss mich auf den Eimer draufstellen, dass ich hier ein Dings kriege. Das funktioniert nicht richtig. Dann sind einfach alle Gegenstände, äh, fertig anspringen und fertig. Hm? Ich hab's ja auch nur durch Zufall jetzt gesehen, weil ich auf den Eimer draufgelatscht bin und das Ding hochgeschnellt ist. Oh, das ist auch. Nein Hund, du bekommst mich jetzt nicht. Hau ab! Ich steh grad vor, man spinnt und... Dann brauch ich jetzt halt mal alles desinfizieren. Oder auch nicht, weil der Hund kommt. Oh nein, ich bin schon wieder in der Falle! Und du musst wirklich mit dem Geigerzähler auf das Ding drauf zeigen. Ja komm, Hund! Wie, komm mal! Oh, wie schnell der war! Ja, du musst mit diesem komischen Geigerzähler wirklich direkt auf das Objekt drauf zeigen. Dass du siehst, ob das radioaktiv ist oder nicht. Ich brauch unbedingt wieder Wasser. Oh nee, wie ein Smiler! Geh weg! Der ist immer noch da, geh weg! Okay, da hinten ist noch ein Smiler. Ich werde auch schon wieder wahnsinnig, dann nehmen wir ein paar Pillchen. Ist mittlerweile weg. Nein, bist du nicht. Kannst du da nicht jetzt mal weggehen? Nein! Der bewacht den Ort da! Ich will da jetzt rein! Ich halte den nicht. Hier war gewalt, ne? Ja. Oh, war hier die Tür? Nein, die Tür ist, ähm... Weil da war noch ein Raum mit Sachen, aber da war ein Smiler die ganze Zeit drinnen. Ja, dann geh ich mal da rein. Ja, dann geh ich mal da rein. Jetzt find ich's halt nicht mehr. Einmal hatte ich ja schon. Das war ja das erste, wo ich gesehen hab, dass das mit dem... Dings off ist. Ja, der Smiler ist immer noch da drin. Das ist fucking viel, der will da nicht weggehen. Und hier war ich. Aber wir müssen in den Raum rein. Da sind noch zwei, drei Sachen drinnen. Meiner krieg. Nice. Ah! Das war die Tür! Hat die Tür nicht öffnet? Irgendwas hat gepiepst. Ich nehm an, das war die Tür. Ja, die Tür ist offen. Weiß halt nur nicht, wo die Tür ist. Ah, hier! Da ist die Tür. Unten? Ja, ich bin an der Tür. Bist du auch... Ach, da. Ja. Noch ne Tür! Wie viele Türen gibt's denn hier? Die ist zu. Was sagst du? Eine Kette schlafen kann man mit einem Werkzeug durchtrennen. Ja, mit einem Seitenschneider. Was haben wir denn hier? Oh, ein neues, neues Gegner. Okay, ein Skinwalker. Es kann Blut... Oh nein, okay, wenn wir verletzt sind, geht das Ding auf uns los. Okay, jetzt braucht man einen Seitenschneider. Wir haben auch immer noch ein Zahlenschloss, das wir öffnen. Wir haben hier nur noch offen und den Zahlenschloss. Ja. Okay. Ich hab halt keine Ahnung, wo wir die Nummer finden für das eine Zahlenschloss. Wir wissen noch mal genauer gucken. Vielleicht ist da ja ein Bolzelschneider drin. Weil hier war ja auch nichts mehr. Weißt du, wo der Zahnschloss ist? Nicht auswendig. Ich hab keinen Plan mehr. Okay. Es war auf jeden Fall nicht hier hinten. Und hier hätte ich vielleicht eine Ahnung von einer Kombination. Ja, nö. Warum zieht ihr zu? Ich hab die Tür zu gemacht. Achso. Ich glaub, das war hier hinten durch. Aber wir haben ja auch noch eine Tür, die aufgemalt ist. Ne, hier. Ja, hier. Wo bist du denn jetzt hingelaufen? Ich bin grad hier bei der Tür, wo ich aufgemalt ist. Ich hab eigentlich auch hier keinen Hinweis oder so großartig. Nein, du sollst die Mann für Menschen nehmen. Äh, kommst du mal zu der Tür, wo die aufgemalt ist? Moment. Ich hab nämlich die Uhr gefunden. Ah. Ja, du ich. Ah, man kann aber durchlaufen, lolol. Oh, da soll auch einer drauf kommen. Was? Und wir hatten 1,35 oder 7,35. Ja, aber ich kann die Zeile nicht bewegen. Warte mal, hinten sind Uhren. Da. Ah, okay. Ich seh nix. Geh mal, geh. Wie kann ich dich jetzt drehen? Inventar öffnen? Oder du hast die Zeiger? Ich hab die Zeiger reingetan. Interagieren. Wie kann ich jetzt drehen? Klick zum Interagieren. Ah. Ah, so kann ich. Warte mal. Was hat sich jetzt bewegt? Da klick zum Stundenschalter. Okay, dann sag du Stopp. Weiter. Was sagst du so einfach? Und, ey, hallo? Weiter. Weiter. Bricht das im Kreis oder? Äh, du dreht ein bisschen hin und her. Ja, irgendwie ist die Steuerung hier halt echt komisch. Bei wem ich jetzt? Vier. Noch weiter. Hey, die Steuerung ist echt kacke. Ruhig, ruhig. Ah, jetzt. Okay, du bist gewalt. Stopp. Und das andere war für Mundreiche. Äh, Gewalt. Zurück. Ein weiter. Stopp. Dann. Okay, ein Mundreiche. Ich hatte schon mal nichts. Und dann 7 und 35. Ähm. Warte mal. Das stimmt doch gar nicht. Der kleine Zeiger ist ja schon ein Zeiger. Ja. Also bei 9. 7. Ah, jetzt. Ja, 7, 35. Hier ist ein Zettel. Ja, 7, 35. Würdest du den Zettel auch nehmen, bitte? Hallo? Ich kann mit dem irgendwie nicht interagieren. Magst du das, äh, anabfestigieren? Und? 2, 7, 8, 6. 2, 7, 8, 6. Der stand neben dir. Ich war eben dezent erschrocken. 2, 7, 8, 6. 2, 7, 8, 6. Okay. Das wird dann das Zahnschloss sein. Hab ich direkt notiert. Der Hund stand halt durch... Der stand in der Wand dann drinnen. Ja, ich konnte nur noch das Ding finden, ne? Ich weiß, wo es ist. Ah, der Hund ist da, der Hund ist da, der Hund ist da. Der Hund geht da grad hin. Ich seh seinen Poppes. Oh, jetzt ist er noch ein Smiler. Oh, mich hat er gegessen. Okay, dann würde er mich nicht essen. Ich mach schon mal das Ding auf. Such du deine Tür. Oh, diese Steuerung ist echt furchtbar. 2, 7, 8, 6. Oh, Hund. Der Hund steht in der Tür. 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 Fick dich doch, du blöder Hund. Warum stehst du in der Tür? Okay, Zange habe ich. Ich warte mal hier, ne? Du kannst ruhig vorgehen. Ich muss meine Tür erstmal finden. Okay. Aber dann müssen wir eh wieder zurücklaufen. Hey, warte ein Durcheinander. Ja, geht durch. Geht durch die Tür. Meine Treppe. So. Das war ja nicht so weit. Das war ja hier hoch. Ich bin mir nicht sicher, sind es Geräusche aus dem Spiel oder ist es bei dir irgendjemand am Husten? Äh, im Tag war jemand laut. Ja, weil manchmal schreit hier jemand. Ich bin immer in der Tür. Ja, dann kann man Stiefvater. Ich glaube nicht, dass dein Stiefvater in dieser hohen Frauenstimme schreit. Das Spiel macht... Kannst du mich nie mehr in Ruhe lassen, ne blödes Vieh? Mann, wo kommst du? Wo muss ich hin? Ah, der Hund liegt bei mir. Können wir nicht irgendwie eine Waffe kriegen? Können wir den Hund erschießen? Wenn es auch nur der Hund ist! Ist so nervig, das Vieh. Ah, da ist die Tür. Ich glaube, er ist wieder ein Spind hoch. Äh, äh, die Lüftung hoch. Okay, ich hab's geschafft, ich bin an der Tür. Bist du schon durch? Nee, ich bin kurz gegangen um dich zu suchen. Bitte sparen können. Da! Kommen Sie! Geht weiter! Es geht hinab! Ein neues Abenteuer, warte du uns! Danke. Was finden wir in der Candle Cove? Hier unter der Treppe ist, äh, Mottengelee. Hä? Wie? Bück dich! Bück dich, danke! Oh, ich kann nicht mehr nehmen. Kann sie haben. Ich hab ja auch wohl, ähm... Ich hab ja noch nicht genutzt. Jetzt gibt's wieder ein neues Monster, das auf Blut reagiert. Ist verschlossen. Hey, das hilft uns jetzt nicht weiter. Ah! Bleib mal da stehen! Ich bin durch. Geh mal runter. Lauf! Lauf, 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 lauf! Hey! Erster! Weiter! Oh, da ist das Monster! Soweit ich das verstanden habe, reagiert es nur auf Blut. Und es häutet uns dann direkt. Ventilgriff habe ich gefunden. Was hast du? Ein Ventilgriff. Kann man den aufheben? Habe ich gerade aufgehoben. Hm. Ist noch irgendwas? Aber das kann man... Ja. Okay, wenn man... Und die kann ich anscheinend auch verwenden jetzt. Ja. Müssen wir einfach verschiedene Sachen finden. Wenn man halt die Taschenlampe aussah, dann findet man auch mehr. Nur wenn man einfach was sieht. Okay, wir lassen ihn dann essen. Wir dürfen uns so nicht verletzen. Soweit ich das verstanden habe, reagiert er nur auf Blut. Oh, hier hinten brauchen wir noch ein Ventil, so wie es aussieht. Oder hast du deins noch? Kannst du das abnehmen? Nein. Aber ich habe euer Ding genommen. Hier hinten. Wo bist du? Hier hinten. Also ich bin einfach weiter die Wand lang gelaufen. Ah, okay, hab dich. Da. Guck. Okay. Da sind wahrscheinlich mehrere Ventile. So wie es aussieht. Ich habe auch noch... Ich habe noch ein Ventil gefunden. Okay, der hat mich gegessen. Okay. Dann reagiert er doch nur auf Blut. Dann habe ich das falsch verstanden. Weil jetzt... Äh? Okay. Da läuft er, ja. Ah ne, das bist du. Da läuft. Ah, okay. Die Ventile sind dafür da. Hinten ist eine Tür. Aber da ist irgendwie... Ah! Er kam auf mich zu. Ey, ich dachte... Dann habe ich mich verlesen. Ich dachte, der isst nur auf Blut aus. Oder während er frisst. Ich habe nur Ruhe. Aber wir sind ja nur zu zweit. Dann müsste er abwechselnd mit einer sterben. Wenn ich jetzt rausgehe. Wenn er dann wieder straight auf mich zu. Ich sehe ihn von hinten. Ich sehe ihn von hinten. Ich habe noch ein Ventil. Also müsste er noch irgendwo... Wo ist denn Kollege... Wo ist er denn hin? Er geht gerade nach hinten. Wo ist noch eine Tür? Ich habe eine blaue Karte. Aber keine rote. Okay, ich habe ein Ventil. Da kann ich ein Ventil ran packen. Geh mal ganz durch. Da ist noch eine Tür. Aber ich glaube, da brauchen wir noch Ventile für. Ja, da ist die konkrete Gas. Ja. Okay, dann ist das schon mal zu. Da hinten ist noch eine Düse. Aber brauchen wir noch ein Ventil. Ja. Ah, Kollege! Nein! Ich bin im Spind. Der wartet auch ganz schön brav, bis ich im Spind bin. Okay, ein Ventil brauchen wir noch. Und ich glaube, das war eine blaue Tür. Dann kommen wir mit der blauen Karte, glaube ich, durch. Ja, die blaue Karte habe ich hier. Wer das Ventil als erstes findet, würde ich jetzt mal sagen. Der ist mit seiner... Hey, Kollege! Du hast nicht aufgegessen! Was soll das? Schön essen! Wo ist denn der Ventil? Ich habe so ein Ding gefunden. Da. Hier hinten. Da. Okay, das ist ja nett. Ja. So nützt du. Ich glaube schon. Und dann halt einfach... Dui... No, jetzt ist der Dude da. Da hinten ist halt die Tür. Und ich hoffe da... ... die Lien... ... auch... ... oder... ... äh... ... Gift brauche ich weg. Obwohl, vielleicht... Nur wenn er uns sieht oder wenn er uns riecht, also Blut. Okay, da rauche ich weg. Warte, der Kollege ist noch da. Oh, der kann nur hinter einem herrennen. Der andere kann durch die Tür. Okay, der muss halt uns echt sehen oder riechen. Vielleicht war das gemein mit, wenn wir bluten. Du willst mir in der Klo. Hier stinkts oder das riecht er nicht mehr. Ja, auf dem Klo riecht's nie angenehm. Ja, was denn das finden? Wir haben mich geirrt. Ein großer Knopf? Wir haben ja auch gesperrt. Milch... Ich will die... Ne, nicht Mandel, Milch, Mandelwasser. Kann ich nicht nehmen. Ich hab's genug. Aber ich muss mal ne Pille nehmen. Ich finde ich schon Effekte. Guck mal, da ist noch Wasser, du kannst du nehmen. Ich mach erstmal alles, was ich benutzen kann. Demo, du bist hässlich wie die Nacht. Oho, 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 oho. Komm doch von der anderen Seite. Okay, da ist eine Treppe. Oh, so eine Treppe würde ich nie mal besteigen. Nicht sicher. Nee. Gar kein Geländer dran. Und weinen, wie klein die Stufen sind. Ja. Oh, hier sind wir! Äh, ich find das so fancy hier. So Dinger, ich liebe so Teile. Sieht cool aus. Dieser... oh, wie nennt sich dieses... Das gibt's ja... Worte für... Ein Gefängnis? Nee. Diese unsinnigen Komplexe. Das sind ja eh... Da ist ja oben Dach und sonst so ein Shit drauf. Achso, Hive. Nee, so diese Raumgestaltung. Spiele Bunker Hive. Nee, nee, nicht das Gebäude an sich, sondern die Raumgestaltung dieses... Oh, ich weiß nicht, wie sich's schimpft. Ich komm nicht drauf. Ist auch egal. Mir fallen wohl halt ja nicht ein. Okay, nicht so gut. Fahrstuhl! Ein Fahrstuhl! Ein Fahrstuhl! Ähm. Wir bräuchten... ein Passwort. Jo... Bitte interagiere mit diesem Text. Äh, 8073. Ach, warte. Okay. Kann ich noch raus? Was? Acht... Null... Sieben... Drei. Acht... Sieben... Drei. Hat's funktioniert? Null. Stand aber drauf! Versuche das! Wir sind im Parkhaus. El... 2077. Inhal'... Als. Nós... Needs...